Moin und willkommen zum neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist ja der Gewinner oder die Gewinnerin. Weiter nach dem Intro. Dieses Video wird unterstützt von GoinBuzz. Hier habt ihr die Möglichkeiten, verschiedene Abo-Modelle zu abonnieren. Also wie Adobe ist neu hinzugekommen, liegt regulär bei 39, 98 herum. Netflix, Spotify, dieser Powermount, Disney Plus. Ich nutze zum Beispiel Disney Plus und Powermount, um das auch zu testen. Das funktioniert einwandfrei. Nutzt den Rabattcode Dave und dann kriegt ihr 10% über meinen Rabattcode. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, geht es jetzt mit dem Video weiter. Ja, es ist mir echt nicht leicht gefallen, einen Gewinner rauszusuchen. Also da waren richtig viele tolle Texte dabei. Ich hätte mich persönlich klar gefreut, wenn es noch viel mehr gewesen wären. Aber gut, das ist jetzt meine erste Aktion gewesen. Da werden sicherlich im Laufe der Zeiten mehr folgen. Ich nenne nur den Vornamen, da heißt Thomas. Der hat diese Kamera gewonnen. Die werde ich ihm jetzt die nächsten Tage zuschicken. Und ich hoffe, er hat viel Freude dabei. Und dann soll es das hier auch gewesen sein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, denn ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, drei Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev.